So, 3-2-1, willkommen zurück zu Spellforce. Hier ist unsere Truppe. Wo sind... Und... Alles klar. Basen. Was ist das? Ralschak. Holzfällerhütte. Ein Wachturm. Nein, Quatsch. Wo sind meine Einheiten? Wo sind meine Einheiten? Hopp. Ja. Was ist? Kann ich hier eine Nummer geben? Wo sind wir da? Ich bin irgendwie komplett zockt. Hier könnte es Probleme geben, von daher gehen wir mal da hin. Noch mehr Leute von mir. Zack, da hin. Moment, ich mach mal das Ding einschalten. Wachturm, Wachturm, alles Wachtürme hier. Wachturm, Holz, Jagdhütte. Was ist das? Was ist das? Ausgebaut, da. In dem Wetter, heute freigeschalten. Und jetzt ist es ein Arbeiter. Wir haben kaum noch Stein. Scheiße, wo gibt's Steine? Steine, Steine, Steine. Mist, Mist, Mist. Hier gibt's Steine. Hopp, ich muss was bauen. Steinbruch. Zack. Los, ran hier. Was ist? Ihr seid meine Eins. Was ist hier unten? Komm, wir gehen mal schnell hier runter. Mit der gesamten Truppe. So. Zack, zack, zack. Was können wir bauen? Holzfällerhütte, Jagdhütte. Gebäude errichtet. Sehr schön. Na. Ja, das ist ein guter Ort. Der Außenposten wurde errichtet, Häufling. Unsere Grenzen haben sich erweitert. So, und ihr geht erstmal wieder hier hin. Da drüben hin? Gut. Na, dann wollen wir mal. So. Schwerposten. Den bauen wir zum Grenzposten um. Balrak, wir werden angegriffen. Scheiße, wo sind meine Leute? Da. Was? Hopp. Oh, hier oben. Ei, ei, ei. Jawoll. Einheiten, los. Komm. Wir sollten weiter. Nochmal. Ham. So, und noch ne Heilung reinhauen. Komm, komm, komm. Nochmal fett. Hier drauf. Jawoll. Gebäude errichtet. Gebäude errichtet. So. Können wir hier heute wiederbeleben? Mein Leut. Beleuten. So, komm. Alles nehmen. Alles nehmen. Gebäude errichtet. Hat nicht. Und zurück. Wo war das hier? Wachtturm. Nein, wir gehen hier hin. Ähm, gut. Warum nicht? So, Grenzposten. Dann bauen wir hier mal ne Jagdhütte. So. Zack. Steinbruch. Der läuft auch gut. Fischerhütte. Brauchen wir, glaube ich, nicht. Holz. Wie sieht denn Holz aus? Sieht gut aus. Dann würde ich sagen. Wir nehmen unsere Truppe. Hauen nochmal ne Heilung drauf. Und sehen zu, dass wir hier hochkommen. Ach, genau. Ich speichere mal ganz kurz. Speichern, speichern. So, und fortsetzen. Was sind das für welche? So, peng. Gebäude errichtet. Noch nicht. Na komm. Macht sie alle. Macht euch bereit. Ist das? Ist das Spielbricht her? Na komm. Gehen wir es an. Komm, komm, komm. So, ihr heilt euch nochmal. So, dann schauen wir mal. Wir müssen hier hoch. Komm. Für die Feuerzähmer. Feinde. Na dann. Zack. Komm, los. Nächste. Ballrag, wir werden angegriffen. Scheiße, wo? Das ist er. Das ist ihr Erwählter. Verdammter Verräter. Ihr werdet es noch berein, hierher gekommen zu sein. Mal den umhauen. Gehört uns das? Dann. So. Irgendjemand mit dem Leben ist schon jemand gestorben. Nein. So, alles auf den... Aucherwählen. Äh, auserwählen. Nein. Ihr wolltet Blut. Und ihr habt es bekommen. Jetzt hört auf zu kämpfen. Von jetzt an. Folgt ihr mir. Unsere Grenzen haben sich erweitert. So, scheiße. Komm. Hier. Hopp. Jetzt runter mit dir. Zum Grenzposten. Wo sind... Ausgebauter Dingsbums? Brauchen wir jetzt sowas. Einheiten. Unsere Krieger sind hungrig, Häuptling. Wir brauchen mehr Nahrung. So. Aha. Mehr Nahrung. Jagdhütten. Jagdhütten, Jagdhütten. Wo kann man denn gut jagen? Verflucht. Schauen wir mal. Außenposten. Grenzfestung. Machtturm. Nahrung, Nahrung, Nahrung. Mist. Okay. Ähm, braucht ihr was? Verdammte Röster. Na dann. Komm. Du heilst mal hier alle ein bisschen. Oh, geil. Fischerhütte. Hopp, hopp, hopp. Jagdhütte, Fischerhütte. Ist das außerhalb? Komm, komm, komm. Ja, das ist ein guter Ort. Was muss ich machen für die Fischerhütte? Kommt die ins Wasser. Der Außenposten wurde errichtet, Häuptling. Unsere Grenzen haben sich erweitert. Grenzposten. So. Was wollt ihr? Wir wollen Nahrung. Nahrung hier. Jagdhütte. So, miserabel, klein, aber... Hier liegt noch was zu essen. Alles nehmen. So. Komm, jetzt gehen wir mal hier hoch. Walrak, wir werden angegriffen. Wo, 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 scheiße. Komm. Komm. Jetzt, dürzt euch mal auf den. So. Die 1 hoch. Verbrennen wir sie. Zu Befehl. Ab. Jetzt kriegst du mal aus. Bam. Alter, heilen. Gebäude, heil ich halt. Zara führt mich. Komm, können wir nochmal heilen? Nein. So, was ist das? Machtkampf. Machtkampf. Zerstört Kills Basis. Verbindet euch. Du musst zusehen mehr Nahrung zurückkommen. Gut, Grenzposten wurde ausgebaut. Außenposten. Ja, will ich doch machen. Fischerhütte. So. Wo war das Grenzposten? Außenposten brauchen wir mehr Holz. Holz, Holz, Holz. am Holz, 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 Holzfäller, Alter. Wachtturm, 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 Wachtturm. Außenposten. Außenposten. Grenzfestung. Nein, wollen wir nicht. So. Zalraka. Dann schauen wir mal hier runter. Ihr seid jetzt die neue Nummer 1. Gehen wir mal hoch. Gebäude errichtet. So. Ich werde euch beschützen. So, kommt und weiter drauf. Gebäude errichtet. Jawohl. Jetzt stürzen wir uns aus. Also hatte Krell recht. Den drauf. Komm, los. Weiter machen. Gehen wir es an. Komm, wir müssen den irgendwie runterfallern. Komm, drauf, drauf, drauf. Bisschen Heilung. Ja, was soll. Wir werden angegriffen. Wir haben euren Erwählten besiegt. Nun folgt dem Gesetz Sarachs und legt die Äxte nieder. Der Außenposten wurde errichtet, Häuptling. Unsere Grenzen haben sich erweitert. Außenposten nehmen. Grenzfestung wollen wir nicht. Wo werden wir angegriffen? Da oben. Wachtturm. Warum greift ihr meinen Wachtturm da oben an? So. Wo los? Alle Mann. Ran hier. So, Feuer frei. Kommt, kommt, kommt. Häuptling? Sie werden fallen. Das sind gelbe. Ah, Moment. Dann können wir hier nochmal speichern. So, und fortsetzen. Was zum Verräter? So, komm. Machen wir die noch platt. Du machst wieder ein Bär und ein Feuertotem. Zack. Na dann. Alles drauf. Macht rundumschlag. Komm. Dann muss ich mal ganz kurz. Hier schon. Wow. Wow. Lass dich mal ganz kurz. Lass dich mal ganz kurz. Wow. Komm. Hier kommt mit der Zuo. So. Eile. Ja. Wir sind noch nicht fertig. Es ist vorbei. Ich habe euren besten Krieger besiegt. Legt jetzt die Waffen nieder oder sterbt. Ihr habt die Wahl. So bestens. Gut, dann hoffen wir mal, dass die Krieger der Nock wirklich so furchteinflößend sind, wie ihr behauptet habt. Das sind sie, Taha. Glaubt mir. So. Gut, dann machen wir mal eine kurze Pause. Ich sage tschüss und tschau, bis zum nächsten Mal.